Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir geben uns den letzten Teilnehmer aus der Gruppe B. Wir haben jetzt hier Gay Butters vs. JCC, aber Feed, Freunde, Feed, Sensory. Ja, ich glaube es ist ein hartes Z, Sensory. Ja, oder ist es ein weiches Z, ich bin mir noch nicht sicher. Es haben Leute reingeschrieben. Ich glaube es ist aber ein hartes Z, Sensory. Ähm, Gay Butters vs. Sensory, Gay Butters vs. JCC. Ich bin sehr gespannt, hört sich nach einem fetten, fetten District an. Mit Sensory in der Pipeline kann das eigentlich nur gut werden. Wir haben ein bisschen was aufzuholen, Freunde, deswegen, I'm sorry, aber heute zwei JCC-Runden, ja. Ähm, wir werden morgen Abend auch wieder Livestream 0.30 Uhr auf Twitch die neuen Releases abchecken. Internet ist wieder fullback am Start, ich freue mich drauf. Und wir werden morgen 0.30 Uhr auf Twitch die neuen Deutschlandreleases abchecken. Kommt also vorbei, ansonsten hören wir jetzt hier rein, Freunde, let's go. Okay. Hinweis, in diesem Video wurden keine gesundheitsschädigenden Substanzen verzehrt. Anflüssigkeiten wurden durch trinkbare Getränke ausgetauscht. Ähm, eigentlich hart, dass ich das extra dazu sagen muss. Bleibt gesund. Okay. Ich sitze hier, allein zu Hause, weiß nicht mehr, was ich tun soll. Also fang ich an zu sein. Oh, nice, Mann, wie er hier Sensory kopiert, äh, kopiert, parodiert. Warte, ist das, ist das vielleicht gar kein Feed mit Sensory? Wait a minute, ist das vielleicht gar kein Feed mit Sensory? Spielt er einfach Sensory? Wir werden es sehen, Freunde, wir werden es sehen. Ähm, hoch? Propos, versuch es gar nicht, der ist mit deinen Pannsteins. Hau ich einen Song raus, hast du eh nur eine Hand frei. Suchbegriffe, KG, frag mal Jiggy, wie man sowas macht. Germans, Hatchel, wer soll das finden, Thomas, ha? Du bist unterm Radar. Ho, 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 ho. Hey, 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 wir wollen nice man sehen, Freunde. Alright, ey, das gefällt mir. Frag mal Jiggy, wie man sowas macht. Germans, Hatchel, wer soll das finden, Thomas, ha? Du bist unterm Radar. Wie U-Boote der Navy, wie bestellst du Lands? Auf Wischkigst du nicht mich, sondern KG. KG, der wird KG ausgesprochen? Holy shit, muss los. That is crazy, dass Andi meine Oma fickt. Seht ihr denn, ich was für eine reizende Aktion, dass er seit Jahren hatte keinen Sex. Finde ich echt sympathisch. Wäre halt nett, wenn nur mal die Wichs lecken vom Grafbisch. Oh, 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 oh. Oha, das mit diesem Beat, Alter. Nice. Verteilbar Kampschutz, die Sitzen. Pack den Ring auf meinen Cock und es platz an die Slippe. Ich geb dir ein paar Nacken, Klatscher, da kommt Snickershift, Gabe Butters. Der letzte, der die Hook immer singt. Dein Cock ist am Zittern, weil du... Nice, Mann. Ich glaube, Sensory hat gesagt, der letzte Rapper, der die Hook nicht singt oder irgendwas. Irgendwie so eine Zeile war da. Du weißt, dass du verlierst. Deshalb sing ich euch Wichsern, die geilste Hook dieses Turniers. Und sie geht... Okay, es ist Real Talk, okay, nice. Es ist Real Talk, Real Talk. Wheel Talk, Freunde. Wheelchair Talk. Es ist wirklich sehr sehr gut dabei. Die geilste Hook dieses Turniers. Und sie geht... Geil, geil, dass er wirklich dabei ist. Real Talk. Ich komme mit einer AK-47 zu einer Wasserschlacht. Schmeiß die Frauen aus dem Fenster. Jetzt wird alles zerfickt. Der einzige Mann, der auf Binis-Quali nicht wächst. Worte können nicht besch... ...bleiben, wie scharf du bist. Aber zahlen 6 von 10. Gute Nacht, du bist... Oh, Bruder. Das andere Hops einfach. Kacker sitzt auf meinem Schoß. Hashtag no homo. Jasper auf dem Straßenklo. Hashtag no home. Yo, eigentlich wollte ich noch gegen... ...doch nach dem JCC kennt den kein Schwanz mehr wie... Okay, der letzten Vergleich... Aber das ist nice. Ich, deshalb leb ich in der Finsternis. Nevermind, ich könnte auch im Keller sein. Widerlich, hier riechst nach Teen-Spirit und nach Männerspeck. Und das Kaninchen, was hier war, das hat nach Leber geschmeckt. Blech, kam nur wegen dir, wurde in mein Twist-Stream gebannt. Sag noch... Einmal das Endmode und ich wichse dich an. Echt? Wurde er echt gebannt? Ich nicht? Ich nicht? In la vie, nicht mehr, moche, attention. Auch mit Hugo Boss siehst du aus wie mein Kondom. Du bist ja gerade... Oh. ...mal 18, Alter. Du verstehst den Witz ja noch gar nicht. Also, pass auf. Wie sieht mein Kondom wohl nach dem Sex aus? Überleg mal. Ja? Ja? Bingo! Nice. Ey, im Hintergrund noch der Rick-Roll, Alter. Geil. Bob Ross, ehre Mann. Rest in Peace. Zu der Person im Hintergrund sage ich jetzt mal lieber nichts, Freunde. Was eine gute, 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 gute Runde, Mann. Geil. Nice, 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 Alter. Real Talk, was eine gute Runde. Holy shit. Humor, gute Punchlines, Gesang, heftiger, heftiger Hook von Sensory, Alter. Und Gay Butters. Sehr viel Gay Butters, Freunde. Mehr möchte ich doch gar nicht. Mehr möchte ich doch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Das war wirklich nice. Ah, das hat mein Tag gerade um ein Vielfaches schöner gemacht. Ja, um ein Vielfaches, Freunde. Geil. Ey, was soll ich sagen? Patters hat immer gute Ideen. Der kommt immer zurück mit irgendwas Nicem. Und sowas finde ich halt viel geiler, auch interessanter, wenn sich so ein bisschen gestichelt wird, so. Ein bisschen gestichelt, Freunde. Ein bisschen, bam, bam, links, rechts, bam, bam. Und wir haben das erste Feature. Das war das allererste Feature, ja. Wenn man die beiden, die ohne Qualifikation reingekommen sind, außer Acht lässt. Hatten wir hier das erste Feature. Oh, das war wirklich gut. Das war wirklich gut. Stabil, Alter. Stabil. Freunde, ich würde sagen, lasst mir eure Meinung gerne zu der Runde in den Kommentaren. Da ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Gebt ihr euch auch noch unter den Kommentaren. Bis dann, bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.